Wir treten schon seit Jahren in Las Vegas auf. Und nie hat es Probleme gegeben. Bis jetzt. Bis diese Familie hier auftauchte. Die Griswold, sie kamen aus Chicago. Ich hätte klar Griswold nie auf die Bühne bitten sollen. Er hat die ganze Show kaputt gemacht. Er hat die Tiere erschreckt. Er hat siefriede erschreckt. Es war schrecklich. Seine Frau wurde vor wenigen verführt. Und alle konnten zusehen. Das hat Las Vegas nicht verdient. Sie kamen nach Las Vegas, um ihr Spiel zu spielen. Oh yeah! Eine höllische Familie. Und selbst Siegfried und Roy konnten sie nicht verschwinden lassen. So. Chevy Chase Beverly D'Angelo Siegfried und Roy Viva Las Vegas Hoppla, wir kommen. Diesen Trip werden Sie nie vergessen.